As-Salat-u-Nur, das Gebet ist Licht. Was ist damit gemeint, dass das Gebet Licht ist? Das Gebet ist Licht, was ist damit gemeint? Die Ahlein sagen, möglicherweise ist damit gemeint. As-Salat-u-Nur, damit ist der Lohn des Gebets gemeint. Andere sagten, nein, damit ist tatsächlich gemeint, dass es in den Dunkelheiten der Auferstehung, am Yawmal Qiyamah, tatsächlich Licht für ihn machen wird. Es wird ihm den Weg beleuchten. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, über die Gebete man hafadha alaiha, man hafadha alaiha ka'anat lahu yawmal Qiyamati nuran, nuran wa burhanan. Wer die Gebete einhält, für sie werden diese Gebete am Tag der Auferstehung Licht sein und ein Beweis, ein Beweis für seinen Iman. Und er sagt noch etwas, habe ich nicht mehr in der Ruhe. Das ist wie beim Wudu, sagt der Prophet sallallahu sallallahu alaihi wa sallam, über das Wudu. Er sagt, innakum tu ba'athuna yawmal Qiyamati hurran muhajjalin, min athar al-Wudu. Ihr werdet am Tag der Auferstehung strahlende Körperglieder haben. Vom Wudu. Vom Wudu. Das heißt, die Körperteile, die ihr euch gewaschen habt, werden strahlende Anteile auferstehen. Also damit ist entweder das oder das gemein.